Wenn die Serie durch ist, haben wir überlegt, vielleicht ab Januar oder Februar, ist jetzt wirklich nur was für die Hardcore-Leute, von jeder Person oder einzelnen Personen, das müssen wir erstmal austesten, ungeschnitten alles zu zeigen. Okay, Chad, ich stelle mir einen kleinen Timer, wir machen jetzt entspannt, keine Ahnung, 10, 15, 20 Minuten Q&A zur Folge 7, die wir gerade gesehen haben. Das heißt, was brennt euch auf der Seele? Ganz speziell zu der Folge, die wir gerade gesehen haben. Der Dschungel weint. Irgendwelche Unklarheiten, Einschätzungs-Situationen, warum habe ich was gemacht? Haut raus, was wollt ihr wissen? Hattest du auch schon ernsthafte Abbruchgedanken? Okay, bis Folge 7 gehen wir jetzt, das was wir gesehen haben. Ernsthafte Abbruchgedanken? Nein. Ich hatte eine Phase, die habt ihr gesehen, die Folge hieß glaube ich auch Fritz am Ende, wo es mir wirklich nicht gut ging, wo ich, wo ich, das war die Phase der Realisation, wo ich gemerkt habe, ey, jetzt merke ich's, dass das alles nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Wirklicher Abbruchgedanken, zu sagen, ich breche ab, ich lasse mich rausholen, gab's da nicht. Aber natürlich hat man sich das schon gefragt, was soll das hier, warum mache ich das überhaupt, was ist das für ein Müll, ähm, ich hab mir das anders vorgestellt, das gab's ja. Äh, hast du die Gottesanbeterin weggetragen oder einfach verscheucht? Ähm, die hab ich da einfach drauf gelassen, auf dem Blatt. Ich hab dir, ich hab ja mehrere, ich hab dann andere Blätter erst mitgenommen. Ich hab ja die Blätter von Dau's auch zum Shelter geschliffen, getragen, das hat ja immer 10 Minuten fast gedauert, die Palme war ja ganz woanders, das wurde ja auch gar nicht gezeigt, und, äh, die Tiere hab ich dann einfach da drauf gelassen, dass die halt selber dann runtergehen können. Äh, waren die Mücken beim Regen noch da oder ging's, äh, ging's dann? Ich glaube, beim Starkregen waren die tatsächlich nicht mehr da, wenn ich mich recht erinnere. Wie schnell kam der Regen, wirkte so, äh, als ob das von jetzt auf gleich ist. Naja, man hat ja schon gesehen, dass es sehr bewölkt war von Anfang an, auch in den anderen Aufnahmen, äh, von den Leuten. Der Regen an sich kam dann aber innerhalb von 2-3 Minuten, Bob, ging's los. Äh, hast du mehr erwartet von den Teilnehmern, dass sie mehr bauen und so weiter? 50-50. Äh, wir gehen mal kurz rüber. Ich würde mal Joris, Sabrina und Sascha rausnehmen, weil ich finde, die haben wirklich sheltermäßig was gebaut, mit irgendwie Dach und Liegefläche und Polsterung und was nicht alles. Äh, gut, meine Wenigkeit, das bin ich. Ähm, bei Otto hätte ich mehr gedacht, aber das liegt ja daran, dass er die Höhle gefunden hat. Das heißt, was soll er denn da mehr bauen? Es geht um eine erhöhte Liegefläche. Da hätte ich mir jetzt gedacht, beim Gucken der Folgen, dass er ein bisschen mehr auf Polsterung geht, aber ansonsten hat er auch was hat. Knossi hätte ich gedacht, dass er sich zumindest mal versucht, ein Dach zu bauen für seine Hängematte. Also, dass er es wenigstens probiert, da irgendwie Hölzer festzumachen. Ich meine, man weiß ja, wie ein Dach ist, so ein Dreieck halt da irgendwie. Und dass er da einfach mal irgendwie probiert. Aber bisher gab's da ja gar nichts, gar nichts. Also, Knossi hat, glaube ich, so auch nichts gebaut. Null, oder? Hat Knossi irgendwas gebaut? Bis jetzt, Folge 7? Nee. Also, da hätte ich tatsächlich gedacht, dass da zumindest mal ein paar Versuche stattfinden. Und auch bei Nova hätte ich gedacht, dass da mehr in Richtung Shelterbau passiert. Weil so wie ich das gesehen habe, hat sie ja an Tag 1 da diesen, diesen einfachen A-Frame gemacht, mit ein paar Stöckern dran. Ähm, viele haben immer geschrieben, Kokos, äh, Nussschutz. Äh, und hat dann am Boden da irgendwie ein paar Styropor-Dinger hingelegt. Aber an Tag 2 und Tag 3 ist ja nichts mehr passiert mit dem Shelter, oder? Ah, sorry, Doppelbogen. Ja, ich bin jetzt auf die Shelter gegangen. Diese Baugeschichten, ja, alle haben sich auch ein bisschen Challenge-mäßig auf was gemacht, aber, ähm, Bautechnisch gehen, bin ich jetzt auf Shelter und sowas gegangen. Okay. Äh, welche Erlebnisse von dir wurden nicht reingeschnitten? Kann ich dir tatsächlich Stand jetzt noch gar nicht so genau sagen, weil ich mich auch nicht mehr an alles komplett erinnere. Aber, jetzt kommt's, und da bin ich mal sehr gespannt, ob ihr da Bock drauf habt. Es steht noch nicht zu 100%, aber wir wollen's ausprobieren. Und zwar, vielleicht, also wir werden's wahrscheinlich über einen Live-Kanal machen. Wenn die Serie durch ist, haben wir überlegt, vielleicht ab Januar oder Februar, ist jetzt wirklich nur was für die Hardcore-Leute, von jeder Person oder einzelnen Personen, das müssen wir erstmal austesten, ungeschnitten alles zu zeigen. Und zwar, ich glaube, erst pro Tag, jeweils eine Folge, und dann nochmal eine gesammelte, wo alle Tage aneinander sind. Ich denke, wir werden's natürlich nicht mit allen gleichzeitig machen. Vielleicht fangen wir auch an, sagen, wir machen das erstmal, keine Ahnung, machen wir eine Abstimmung, ihr könnt das erstmal alle von Knossi sehen oder sowas. Weil das sind ja auch alles nur Ausschnitte, was wir da drin sind. Johannes hat mir, glaube ich, gesagt, dass aktuell pro Folge ungefähr geschnittenes Material, nachdem es geschnitten ist, ungefähr, oh, ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß, drei bis fünf Stunden fertig geschnittenes Material von allen Teilnehmern sind, pro Folge. Und diese drei bis fünf Stunden kürzt er dann noch auf anderthalb Stunden runter. Ist ja logisch, wir können ja keine fünf Stunden Folge bringen, das guckt sich ja keiner mehr an. Aber, ich finde das als RAW-Format eigentlich ganz geil. Natürlich werden sicherlich da Szenen rausgeschnitten, wenn jetzt jemand 30 Minuten die Kamera laufen lässt, äh, und da nix sagt, da macht man dann ein Timelapse draus. Aber sonst, jeder Gedanke, der ausgesprochen ist, soll da rein. Ich hätte da Bock drauf, kann man vielleicht auch als Podcast laufen lassen, auf dem zweiten Bildschirm, wenn man irgendwie ein bisschen was macht, blablabla. Das ist zumindest der Plan. Und wir werden das sicherlich probieren. Ob das wirklich für alle Teilnehmer, alle Tage, stattfinden wird, müssen wir mal gucken. Aber, ich finde das irgendwie geil. Ich finde das cool. Und ich glaube, dass auch viele das hier im Chat feiern. Gucken wir einfach mal. Okay, weitere Fragen. Schmerzen die Füße oder nur am Schimmeln? Die Füße, ist das ein Schmerz? Nee, dieses aufgeweichte, würde ich sagen, war bei mir, waren keine Schmerzen. Nö, manchmal so ein Brennen oder sowas. Aber jetzt nicht, wo du sagst so, ah, ah, scheiße, ich kann nicht laufen. Das würde ich nicht sagen, nein. Habt ihr eigentlich irgendwas mitbekommen von den Problemen mit den Fischern und Boden, wie man im Behind-Video gesehen hat oder dass die Patrouille patrouillieren mussten? Kann man das kaum vorstellen, dass da keiner was mitbekommen hat am Strand? Also ich kann es nur von mir aus sagen, weil ich, was die anderen, müssen sie selber für sich sprechen, das weiß ich nicht, was die erlebt haben. Ich habe tatsächlich, also ich habe das Behind-the-Scenes-Video noch nicht gesehen. Soweit ich das weiß, haben die oben im Norden patrouilliert, hat die, glaube ich, im Nachhinein erzählt, aber ich war ja ziemlich unten im Südwesten. Das heißt, von der Patrouille habe ich gar nichts mitbekommen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, mal irgend, habe ich da mal ein Boot gesehen. Das Ding ist, ich war halt auch in so einer Landschneise drin. Ich war ja nicht am Ozean. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe ja nie auf den offenen Ozean geguckt. Ich war ja immer da hinten in dieser Zunge drin. Ich meine mich zu erinnern, dass vielleicht irgendwann mal so ein Punkt ganz hinten, wenn ich da so rausgeguckt habe, aber irgendwas gesehen habe, wo ich dachte, ja, ist das vielleicht irgendwo ein Boot auf dem Horizont? Ob das auf der Insel war oder hinten Richtung Panama-Kanal, irgendwas, keine Ahnung. Aber ansonsten hatte ich da keinen, keinen Kontakt zu irgendwas, nein. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass bei anderen vielleicht anders waren, dass die doch mal ein Boot gesehen haben. Müsst ihr es immer fragen. Wie extrem war dein Kopfkino, als das Wasser näher kam und hattest du Angst vor Krokodilen? Angst vor Krokodilen hatte ich nicht. Ich generell nicht. Ich hatte mal mulmige Gefühle, ich war mal sehr fokussiert, hab drauf geachtet, aber jetzt wirkliche Angst, nee. Also Respekt ohne Frage und sicherlich gibt es auch mal kurz Situationen, wo du denkst, das ist aber gerade komisch, aber jetzt so eine dauerhafte Angst, die da irgendwie mit dabei ist, nein. Und Kopfkino, als das Wasser näher kommt, ja, aber eher im Sinne von, ich hoffe, das Wasser kommt nicht noch näher, weil sonst habe ich ein Problem mit meinem Schelter, aber nicht auf Krokodilen bezogen. Hattest du keinen Hunger bis jetzt? Tatsächlich wurde das anscheinend nicht gezeigt, weil es vielleicht langweilig war aus Johannes seiner Sicht, aber ich habe dort eigentlich jeden Tag angespülte Kokosnüsse gegessen, aber es wurde anscheinend nicht gezeigt. Wie gesagt, ich mache den Schnitt nicht und man muss natürlich auch irgendwie sieben Teilnehmer parallel zeigen und ja, ich glaube, dass der Fokus tatsächlich beim Schnitt und bei dem, was reinkommt, darauf liegt, Sachen zu zeigen, die neu sind. Die Leute wollen ja nicht sehen, wie sieben Leute siebenmal Kokosnüsse essen und das jetzt am zweiten Tag und am dritten Tag auch nochmal. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen glaube ich, dass viele Sachen dann da vielleicht auch nicht reingeschnitten worden sind. Besser nackt im Regen, als sich von nassen Klamotten einweichen zu lassen. Das kommt auf die Temperatur drauf an. Wenn du dann nackt bist und dir wird kalt, ganz ehrlich, dann Klamotten anziehen und dann sind die nass, dann ist das so. Aber unter Kühlung finde ich schwieriger als Nässe am Körper. Hattest du bis dahin nur eine Kokosnüsse? Nein, ich hatte mehrere Kokosnüsse. Die habe ich auch gesammelt und so ein kleines Kokosnusslager angelegt. Tatsächlich, aber keine grünen, sondern nur angespülte braune Kokosnüsse. Hast du auch gefroren? Ich habe das erste Mal gefroren in der Situation, wo ich quasi nackig war und duschen war und dann wurde mir kalt, aber als ich da komplett nackt war und habe mich dann angezogen, aber das habe ich auch in der Folge gezeigt und erklärt. Wie lange hat es gedauert, die Palme zu fällen? Tatsächlich nicht so lang. Keine Ahnung, zehn Minuten oder so. Man muss dazu sagen, dieser Stamm einer Palme ist wie der Stamm, nein, andersrum, ist wie die Stängel von einer Brombeere oder von einer Brennnessel. Oh, ich habe die ganze Zeit das Wort Brennnessel gesucht. Also, das ist quasi kein Holz, wo du so Jahresringe hast, sondern ihr müsst euch das vorstellen, als würdest du einen Brombeerstängel nehmen, der ist so saftig und den skalierst du einfach groß. Das heißt, wenn du das anguckst, siehst du, ich habe da richtige fette Brocken rausgeschlagen. Das sind alles wie so Fasern, so Adern, die Wasser transportieren. Das ist ganz feines, dünnes Material. Das ist ein bisschen wie Kokosnuss fast schon. Wie als wäre das alles aus einer Kokosnuss. Na, Strohhalm wollte ich auch erst nehmen, aber Strohhalm ist ja hohl in drin. Aber das sind alles so Markfasern. Das ist kein hartes Holz. Was glaubst du, warum Sascha andauernd schlecht ist? Vielleicht verträgt er das Wasser nicht und die Kokosnuss ist ein bisschen gammlig. Wie weit war die Palme vom Schalter entfernt? Oh, du kurz, die Ecke, da hinten, boah, wir gehen, wir gucken einfach nach. Äh, puh, naja, gut, okay, 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 warte, 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 warte. Hier müsste ich ausgesetzt worden sein. Bub. Da bin ich hier rum. Bub. Hier war die Palme. Hier war diese, hier geht, glaube ich, dieser Fluss rein. Mit diesem milchigen Becken. Hier habe ich meinen Shelter gebaut. Ganz grob, glaube ich. Hier habe ich meinen Shelter gebaut. Hier um die Ecke war dieser Steinabbruch. Hier, meine ich, war, ähm, der Bach. Und die Palme war ungefähr hier. Hier hinten. Hier war die. 150 Meter. Luftlinie. Hier mit nochmal drum und rumlaufen. Die ist das. 160 Meter. Du wolltest doch noch rüber. Was meinst du mit, wolltest du noch rüber? Auf die andere Seite? Damit ihr nochmal ein Gefühl kriegt, vielleicht für den Spot. Ist sicherlich ganz interessant. Ich habe es hier gerade beschrieben. Hier drüben, ungefähr, hier war die Palme. Genau, hier waren diese krassen Mangroven. In diesem Bereich waren diese krassen Mangroven, wo ich am ersten Tag oder, ja, am ersten Tag, aber erste oder zweite Folge, zweite oder dritte Folge, ihr wisst, wo ich über diese Mangroven geklettert bin. Das war hier. Dschungelmäßig habe ich am Anfang hier hinten erkundet und hier rein erkundet. Hier bin ich rüber und auf der anderen Seite ist diese Betonplattform gewesen, wenn ihr euch erinnert, mit dieser Lichtung. Diese Lichtung müsste ungefähr hier sein. Krass, dass man die hier nicht sieht. Hier ist gar keine Lichtung. Man sieht die einfach nicht. Die existiert hier einfach nicht. Ungefähr müsste die hier sein. Und diesen ganzen Bereich habe ich noch erkundet an dem Tag komplett mit hier alles. Aber ab hier war mein GoPro-Akku. Und hier habe ich noch eine Entdeckung gemacht, Leute. Da habe ich euch ja auch was versprochen zu der Entdeckung. Äh, wie weit ist die Strandbucht südlich von dir entfernt? Die hier, ne? Ja, also vom Aussetzpunkt ist die tatsächlich nur 298, äh, 290, naja, sagen wir mal, aber das ist halt Luftlinie. So, von, von meinem, von meinem Spot muss ich ja erstmal bis hier, dann hier rüber, dann das und dann, das ist nämlich der Punkt, hätte ich ja hier mich durchschlagen müssen. Aber, das musst du ja auch wissen. Weil hier dringes rum, hier kommst du nicht. Guck mal, hier siehst du es auch. Hier ist, hier ist Steilklippe komplett. Keine Chance. Selbst bei Ebbe war hier, war hier nichts. Das heißt, hier musst du erstmal wissen, dass es existiert, um dich dann hier durchzuschlagen. Aber die, wenn dir die Informationen fehlen, dann weißt du das ja nicht. Hätte ja auch sein können, du kannst dich hier durchschlagen und hier ist ein Strand auf der anderen Seite. Genauso wie hier zum Beispiel, hier sind halt einfach Wege. Versorgungswege, vielleicht vom Militär damals. Guck mal hier. Hier scheint, hier ist auch irgendwas. Guck mal hier. Hier sind irgendwelche Wege. Zack, zack, zack. Hier hinten auch. Aber das musst du ja erstmal raffen. Abgesehen davon, dass das eh zu weit ist hier. Also das ist ja hier dann auch eine Distanz. Warte mal, jetzt bin ich mal gespannt. Können wir mal gucken. Aussetzpunkt, Entfernung messen. Wo sind 500 Meter? Ja, guck mal. Hier, 500 Meter. Das ist mein Radius, den ich mich bewegen darf. Das heißt, ich würde nicht mal zu den Wegen, zu den offenen Wegen auf den freien Flächen hier oben kommen. Selbst wenn man sagt, okay, kann man ja auch nicht genau abschätzen. Sagen wir mal, hat sich ein bisschen verschätzt und geht jetzt so auf 600, 650 Meter, bist du immer noch nicht in dem Radius, wo du dann auf diese krassen offenen Wege hier oben kommst. Spannend zu sehen. Komm mal, das ist hier drüben, sieht es ja auch so aus, als wäre hier ein Strand. Bub. Aber das weißt du ja nicht. Und hier durchzuschlagen, 450 Meter, frei Schnauze, durch den Dschungel, über Hügel. Ja, vergiss es, Alter. Und hier durch den Dschungel.